Mein Name ist Daniel Benden und in der Asklepios Klinik in Hamburg-Harburg leite ich die Abteilung für Gastroenterologie, also für Leber-, Magen-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und gemeinsam mit Prof. Chromik betreue ich die Patienten im Pankreaszentrum. Mein Name ist Ansgar Chromik, ich bin Chefarzt in der Allgemein- und Viseralchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg und bin Chirurgischer Leiter des Interdisziplinären Pankreaszentrums in Harburg. Ich behandle die Erkrankung des Pankreas chirurgisch. Das Wort Pankreas steht für Bauchspeicheldrüse und die Wortendung Itis steht allgemein für Entzündung, also reden wir über eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse selber ist ein Verdauungsorgan, das sitzt im Oberbauch hinter dem Magen und hat wichtige Funktionen für die Verdauung von den Nahrungsbestandteilen, die wir aufnehmen. Die Bauchspeicheldrüse kann sich entzünden und zwar gibt es die Unterscheidung zwischen der akuten und der chronischen Form und auch die akute Bauchspeicheldrüsenentzündung kann sehr mild verlaufen mit einer leichten Schwellung des Organs und dann gibt es auch sehr schwere Verlaufsformen, wo es richtig zum Gewebeuntergang kommt und das kann richtig lebensbedrohliche Formen annehmen. Akute und chronische Pankreatitis unterscheiden sich natürlich, wie der Name sagt, vor allen Dingen über den Verlauf. Bei einer akuten Pankreatitis kann es sich um eine einmalige, einmalig im Leben vorkommende Episode handeln. Bei einer chronischen Pankreatitis haben wir immer wieder Entzündungsschiebe und letztendlich irgendwann einen destruierenden, fortschreitenden Verlust von normaler Organfunktion. Bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, der akuten Pankreatitis ist es so, die wird zu fast 90 Prozent entweder durch abgegangene Gallensteine oder durch einen schweren akuten Alkoholmissbrauch ausgelöst. Und zwar in etwa zur Hälfte. Bei den abgegangenen Gallensteinen ist es so, die wandern aus der Gallenblase, dort machen Sie in der Regel wenig Ärger, aber wenn Sie in den Gallengang wandern, dann können Sie den gemeinsamen Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse und der Galle verstopfen und das mag die Bauchspeicheldrüse gar nicht. Die reagiert dann dort quasi mit einer Selbstverdauung. Sie produziert ja Verdauungssäfte und dadurch wird die Bauchspeicheldrüse stark gereizt und entzündet sich. Beim Alkohol ist es so, da gibt es Abbauprodukte des Alkohols, die toxisch wirken auf die Zellen der Bauchspeicheldrüse und auch dadurch kann sie sich stark entzünden. Die restlichen Ursachen der Bauchspeicheldrüsenentzündung sind vergleichsweise selten dadurch. Und da reden wir dann wirklich über so 10 Prozent der verbliebenen Untersuchungen. Das können sein Fettstoffwechselstörungen, Medikamentöse Ursachen, Autoimmunerkrankungen und noch ein paar andere seltene genetische Ursachen. Bei der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung ist es so, die wird fast ausschließlich durch einen chronischen Alkoholkonsum, einen schadhaften Alkoholkonsum, meistens in der Kombination mit Rauchen, also dem schadhaften Nikotinkonsum ausgelöst. Auch dort gibt es seltene andere Ursachen, aber die spielen im Vergleich zur akuten Pankreatitis kaum eine Rolle. Das meiste ist ganz klar Alkohol und Nikotin, die dauerhaft zur Schädigung des Organs bei der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen. Die Hauptsymptome einer akuten Pankreatitis sind ein stärkster, relativ plötzlich einsetzender Bauchschmerz. Typischerweise ist der Bauch sehr aufgetrieben und der Bauchschmerz kann auch in den Rücken ausstrahlen. Häufig kommt bei so einer akuten Schmerzattacke auch noch Übelkeit und Erbrechen dazu und der Patient hat ein extremes Krankheitsgefühl, was ihn in vielen Fällen sofort zum Arzt oder manchmal auch schon in die Notaufnahme führt. Die chronische Pankreatitis ist gekennzeichnet durch einen schon lange bestehenden und immer wieder aufflammenden gürtelförmigen Schmerz, der oft im Oberbauch beginnt und bis in den Rücken ausstrahlen kann und oft auch über den Verlauf eine erhebliche Intensität annehmen kann, sodass die Patienten dauerhaft mit einer Wärmflasche rumlaufen oder auch sehr starke Schmerzmittel einnehmen müssen. Durch den Verlust von der Organfunktion kommt es häufig zu Durchfall, zu weiteren Verdauungsstörungen wie einem fettigen Stuhlgang, oft auch vergesellschaftet mit einem starken Gewichtsverlust. Wird auch die Hormonfunktion der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt, kann es zu einer Ausbildung eines Diabetes mellitus, einer Zuckerkrankheit kommen. Bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung, der akuten Pankreatitis, kommt es darauf an, wie schwer die Entzündung verläuft. Eine milde Pankreatitis, die akute Pankreatitis, wird in der Regel für einige wenige Tage im Krankenhaus behandelt mit Schmerzmitteln und einer intravenösen Infusion von Lösungen, Elektrolytlösungen, denn es geht sehr viel Volumen verloren, was sich dann als Ödem, als Schwellung hinter dem Magen im Bereich der Bauchspeicheldrüse ansammelt. Das ist eigentlich ganz gut zu managen und wenn die mild verläuft, wir nennen das auch die ödematöse Form, dann ist das eine Sache von meistens wenigen Tagen. Bei der schweren akuten Pankreatitis, da können sehr viele Komplikationen auftreten. Da kann Gewebe untergehen, es kann zu einem Mehrorganversagen kommen, einige Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden und das ist wirklich ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Dort braucht man eine enge Kooperation zwischen Internisten, Intensivmedizinern und einige von diesen Erkrankungen kann man auch endoskopisch lösen. Wenn immer noch Gallensteine eingeklemmt bleiben, die den gemeinsamen Ausführungsgang verstopfen, dann müssen wir die in einer endoskopischen Untersuchung so einer Art Magenspiegelung herausholen. Das geht dadurch, indem wir aus dem Zwölffingerdarm einen kleinen Katheter in den Gallengang einführen, der gemeinsam mit dem Bauchspeicheldrüse mündet und dort können wir mit kleinen Körbchen oder einem Ballon die eingeklemmten Steine rausfischen. Bei Komplikationen der Bauchspeicheldrüsenentzündung, wenn wirklich Gewebe untergeht und sich so Zysten bilden, die sich dann auch noch infizieren, das sind so Flüssigkeits-Einsammlungen, die können mit Bakterien besiedelt werden, dann kann man diese auch endoskopisch trainieren, also kleine Stents dort einführen, die aus dem Magen ausgeführt werden. Das ist dann eine Spezialbehandlung, die dann auch einer dezidierten endoskopischen Expertise bedarf. Bei der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, da ist die internistische Therapie im Vergleich zu der chirurgischen eher limitiert. Auch da ist ganz wichtig, dass man eine vernünftige Schmerztherapie macht. Auch dort gibt es Möglichkeiten, dass zum Beispiel Steine endoskopisch zertrümmert werden und dann rausgefischt werden. Das ist aber ganz wichtig, dass man das nicht mal ebenso im stillen Kämmerlein entscheidet, sondern das gemeinsam mit den Chirurgen behandelt, was für den Patienten dann die beste Lösung wird, internistisch oder chirurgisch. Im Gegensatz zur akuten Pankreatitis hat die chirurgische Therapie bei der chronischen Pankreatitis eine sehr wichtige Rolle inne. Hier können wir sehr gut abgestuft vorgehen zwischen relativ kleinen Eingriffen, zum Beispiel einer sogenannten Drainageoperation, wo ein gestauter Pankreasgang entlastet werden kann oder auch Steine entfernt werden können, bis hin zu größeren Eingriffen, wo wir den gesamten Pankreaskopf entfernen, um nämlich den häufigen Schrittmacher der Entzündung komplett zu entfernen. Das wäre dann eine sogenannte wippelische Operation. Die Bauchspeicheldrüse ist zwar nur ein kleines Organ, was hinterm Magen sitzt, aber die Behandlung der Entzündungen und der Tumorerkrankungen, der zystischen Erkrankungen, die stellt eine große Herausforderung dar, weil das ziemlich komplex sein kann. Und deswegen ist es wichtig, dass viele verschiedene Fachabteilungen nicht nur vorhanden sind, sondern dass die auch noch gut zusammenarbeiten. Das betrifft insbesondere die Kollegen der Bauchchirurgie und der inneren Medizin und Gastroenterologie. Aber eben auch muss eine sehr gute Intensivmedizin vorhanden sein und eine gute Radiologie für die Diagnostik und aber auch für die Interventionen am Bauchspeicheldrüsenorgan, Schmerztherapie, Ernährungstherapie, Onkologie, wenn tumoröse Erkrankungen auftreten. Und aus dieser Vielzahl an beteiligten Abteilungen sehen Sie schon, dass es ganz besonders wichtig ist, dass diese gut zusammenarbeiten. Denn es ist extrem entscheidend, dass man für den Patienten gemeinsam bei der Vielzahl von Optionen, die zur Therapie zur Verfügung stehen, für den Patienten das Beste ausbildet. Und deswegen ist es wichtig, dass man möglichst in zertifizierten Pankreaszentren zusammenarbeitet. Denn dadurch ist sichergestellt, dass eben alle diese Abteilungen auch da sind und zum Beispiel in gemeinsamen Sprechstunden, wie Herr Kromig und ich das gemeinsam machen, die Patienten betreut. Nach einer Wippeloperation, bei der ja der gesamte Bauchspeicheldrüsenkopf und der Zwölffingerdarm entfernt wird, kommt auf den Patienten zu, dass er am Anfang zumindest häufiger etwas kleinere Mahlzeiten einnehmen sollte, fünf bis sechs Mahlzeiten pro Tag. Man sollte die Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse, von der ja ein Teil entfernt worden ist, durch entsprechende Medikamente, durch Enzyme in Kapselform unterstützen. Die nimmt man zu den Mahlzeiten ein. Und sollte sich eine Zückerkrankung gebildet haben, ein Diabetes mellitus, muss man diese entsprechend mit Insulin behandeln.